So, und für den Checken nochmal. Ja, er war abgemagert nach seinem Unfall. Das hängt mit dem Unfall zusammen, mit dem Alter, mit seinem Herzen. Ich habe zugefüttert. Auch in Absprache mit dem Tierarzt, was kann ich ihm noch geben, damit das eventuell ein bisschen mehr wird. Die Ärzte haben mir gesagt, also beim 30-jährigen Pferd, da nochmal was auf die Rippen kriegen, wird schwer. Man kann es versuchen, ob es was bringt, weiß man nicht. Aber ich habe es, wie gesagt, versucht. Ich habe auch ein bisschen was draufgekriegt. Und von der Amtstierärztin kam, ich darf nicht zufüttern. Davon wurde er Hufrehe bekommen. Ich habe ihn mit Heu aufzupäppeln. Und dann nach ihrer Rechnung 8 Kilo Heu am Tag maximal. Bei mir hat er ungefähr 20 Kilo Heu am Tag gekriegt, weil ich eine andere Rechnung habe. Die Amtstierärztin hat gerechnet, wie war das, 1,5 bis 2 Kilo auf 100 Kilo Körpergewicht des Pferdes. Gehe mich bei dem Checken auf, wenn es hochkommt, 8 Kilo am Tag. Ich habe gerechnet, der Tag hat 24 Stunden. Davon gehen 4 Stunden weg wegen Ruhezeiten. Also 20 Stunden Fresszeit. Pro Stunde 1 Kilo Heu pro Pferd. Macht pro Pferd und tagt 20 Kilo Heu. Ist meine Rechnung. Die Amtstierärztin hat gesagt, das ist falsch. Ach so, und dann hat er auch noch Zusatzfutter bekommen, zweimal am Tag. So. Die Amtstierärztin wollte mir die Zufütterung verbieten und ich sollte nach ihren Regeln füttern. Hätte ich das gemacht, wäre der Junge verhungert. Wie gesagt, ich habe schon gemacht, in Absprache mit den Tierärzten. Das hat aber die Amtstierärztin nicht akzeptieren wollen. Nein, sie wollte, dass ich das mache, wie sie will. Was, wie gesagt, für den Jungen eine Katastrophe geworden wäre. So. Dann sollen wir noch mal erinnern, was über Amtstierärzte sagen. Die im Übrigen behauptet hat, er würde vom Futter gejagt werden. Hat aber die Situation nie einmal beobachtet, weil es die Situation nicht gab. Eher hat er die Stute vom Futter gejagt, so nach dem Motto, ey Mädel, du wirst zu fett, friss mal weniger. Aber er ist nie vom Futter gejagt worden. Er war hier der Herr auf dem Hof und sie hat sich untergeordnet. Und nicht anders. Wie gesagt, Futterneid oder so gab es bei meinen Pferden nicht. Aber die Amtstierärztin behauptet das. Hat das aber nie beobachtet. Es ist ihr Empfinden, dass es so ist. Sie verweigert alles, was Tierarzt, Hufbearbeiter, sonst was ihr gesagt habt. Interessiert sie alles nicht. Ihr Empfinden zählt und mehr nicht.